Danke, Biene. Wir geben unser Bestes. Vielen Dank, Biene. Der Präsident hielt große Stücke auf Sie, Agent Kennedy. Auf Sie auch. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Stimmt es, dass nur Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren? Was soll das heißen? Naja, es muss Ihnen doch klar sein, dass Sie beide unter Verdacht stehen. Was diese Anschläge angeht. Was? Agent Harper. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren Sie nicht auf Ihrem Posten, sodass der Präsident ungeschützt war. Finden Sie nicht, dass solch ein Verhalten verdächtig ist? Verdammter Bastard! Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Das heißt, ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie lügt nach... Wenn Sie beide so von Ihrer Unschuld überzeugt sind, können Sie sich ja umgehend stellen. Dann wird er bezahlen. Das wird ja immer besser und besser. Oh, weiter geht's. Aber nicht hier lang. Wenn die Muni nicht reicht, machen wir es wie Tanjiro. Kopfnuss. Yes. Kopfnuss auf Fußtritte. Wir sitzen jetzt im selben Boot. Ob wir vielleicht sogar die erste Story lang schon durchbekommen wollen. Das ist okay. Wenn Sie mir helfen, Simmon bitte schlappen. Gehört das alles Simmon? Mit diesem Labor direkt über unseren Köpfen, würde ich glatt behaupten, dass es so ist. Wenn Sie Gas geben, sollten wir das Simmon geben. Diese Ada. Können wir ihr trauen? Das ist wirklich keine einfache Frage. Keine Vorgeschichte, was? Knappe. Oh! Wer ist für die Einrichtung zuständig? Wie schmeißt man sich nochmal hin? Wie duckt man sich? Äh, sprinten. Was war das nochmal? Irgendwie sprinten. A und L2. Ich hätte beten sollen, als wir noch in der Kathedrale waren. Warum bleiben die Toten nicht einfach tot? Was machen die in den Katakomben? Ich schaue, ich hausche. Ähm. Ich hausche. Genau. Na, schaue. Das gibt mehr als eine leichte Verbrennung. Ich steige. Diese Flammen sind extrem gefährlich. Wir müssen sie irgendwie umgehen. Ich bin da, Mann. Ich sch- Mach's gut, Leon. Servus. Na, na, na. Man. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Was? Findest du das noch? Spiel denselben Song nochmal. Mhm. Was machst du da? Ich weiß nicht. Was zum Fick? Da ist schon wieder irgendwas explodiert und ich weiß nicht, was es war. Ich hab dir den Weg frei gemacht. Vielen Dank. Für die Blumen. Dann hat der Drache keinen Sohn brennt mehr. Perfekt. Da hat jemand gekurbelt, den hab ich getötet. Achso. Oh ne. Mach ich den da. Da steht was auf der Tür. Bringt Beweise für die Verwandtschaft. Die Verwandtschaft? Simmons Stammbaum? Nein, hier muss ich nicht. Aber was für Beweise sind gemeint? Moment mal. Dieser Ring von Ada. Ein Ring? Kommen wir hier rein. Der Simmons-Clans. So, so. Bingo. Danke für das Geschenk, Ada. Warte. Ja, genau. Ich kurbel, du beschützt mich. Alles klappt. Ist hinter dir was? Ich brenn hier weiter. Mach dir was. Mach dir was. Ich bin. Ich weiß nicht, dass du ein Thema gibt. Ich warte, warte. Warte, warte. Bye bye! Ist ja noch mehr? Moment. Ich geh kurz spähen. Ähm, nee. Wir sind fett. Bill, das war ein Kopfstoß. Oder lebt noch was? Warte. Warum ist sein Kopf nicht geplatzt? Kommst du? Moment. Wir müssen doch noch looten. Ich hab aber keinen Loot mehr. Der Loot ist sogar verschwunden. Oh mein auf. Wiener hat schon wieder brennende Kuckus? Anscheinend holen wir uns nasse Füße. Das Wasser macht mir keine Sorgen. Das Wasser macht mir keine Sorgen. Das, was da drin ist, eher... Ja, wir hatten Bokkodile, wir hatten... Wir hatten... Ich werde das einfach mal machen, dass er überflutet werde. Fünf Karten. Hm? Resident Evil 4 war ein Belago. Ja. Was wollen sie uns hier um die Warnwerfen? Riesige mutierte Killer Piranhas? Ja, so sieht's aus. Nessi? Nee, Nessi hat Urlaub. Nee, Nessi hat Urlaub. Ich glaube, ich hol mir im Dezember Mario Wanda. Oh, ich kann sowieso erst Weihnachten spielen. Meine Switch ist bei meiner Schwester. Oh, ich geh mal wieder. Aua! Kommt mir was entgegengekrabbelt? Ich glaube, es geht los. Zum Teufel. Ich habe keine Ahnung, was da gerade im Wasser ist, aber... Das ist sehr schwer, macht aber Laune. Wer? Das ist nicht schlimm. Ich bin Plattformer gewohnt, die schwerer sind. Ich sag nur Crash Bandicoot 4. Ja, die Insane Trilogy müsste ich eigentlich auch mal durchspielen. Aber die knackt nicht irgendwie. Hä? Die knackt nicht. Wieso? So, die Tür geht auf. Weiter drehen! Es funktioniert! Ich komme bis zum Level mit dem Wildschwein und danach ist Feierabend. Helena! Nein, das bin nicht ich. Ja, ich habe es gemerkt. Das war etwas fischiger. Nein! Ich bin jetzt hier drüben! Nein! Hilf mir! Machen Sie weiter! Doch! Halb Automatik. Beeman! Hä? jetzt noch mal was kommt ok leon los leon ich komme nicht durch geht es von ihrer seite auf moment ich sehe nach ja ich krieg besuch so ich kann was vorbilden jetzt durch hast du noch etwas was hier das deaktiviert oder so du meinst diese komischen sägenblätter von mir könnte sein du meinst gespikert hat ja dann jetzt doch nicht vielleicht kann man das abschalten ich weiß aber nicht wo weil ich hier nicht durchkommen hier wird alles mit kurbeln aktiviert also erledigen wir den der kurbel und sind die späle los dann tötest danke da war was da ist sonst Ich bin zurückgelaufen. Ich bin zurückgelaufen. Ich kann sie nicht mehr unterstützen. Oh. Unterstützen. Es tut mir so leid, Rota. Ich wusste nicht, dass das bei dir... Bei dir gibt es keine Kurbel, ne? Nein, bei mir gibt es keine Kurbel, nur ein Haufen Zombies. Ja, Leon kommt. Steh auf. Ach, verdammt. Da wäre ich sowieso nicht rausgekommen, weswegen? Überraschung, hier gibt es keine Kurbel. Ich suche sie. So. Wir wissen nicht, ob überhaupt eine da ist. Stimmt, aber was sollen wir sonst noch? Kannst du die Gegner vielleicht in die Stachelfalle locken und ich kurbel da? Wo ist denn die Stachelfalle? Stachelfalle ist hier vor mir gerade, aber... Kann ich kurbeln, ohne dass du... Finger von der Kur. Ja, aber ich will... Das war genau sehr knapp. Hä? Bin da noch welche? Nein, das ist gar nicht mehr, aber du willst den Schachstückspieß aus mir machen, oder? Lass'n los! Was? Was war das denn? Ich hab den Schlüssel über den Kurbel gelegt. Dann kurbel mal. Moment, ich musste noch eben kurz einsetzen. Ich muss jetzt die Zeit mal aufhört, dich anzuspucken. Ja, kratzt du jetzt mal ab, du blödes Ding. Ich unterstütze dich, ich drück die Kurbel nicht mal. Ja, ja. Ich unterstütze dich. Ja, mir... Mir... Mir so Spikes in den Unterleib zu rammen, ist wirklich ein Unterstützer. Ich wollte doch nur kurbeln. Ich dachte, damit helfe ich dir. Herrlich. Bist du dann bald mal fertig? Ja. Ich hab die Kurbel. So, jetzt lass die Gegner... Dann kann ich aufspießen, wenn's sein muss. Ey, hört jetzt mal auf mich anzukotzen, ihr blöden Fickdinger. So, Leon, hier fang's Kurbeln an. Ich steck das Ding da rein und fang das Kurbeln an. So, Kurbel, 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 Kurbel. Ihr wisst mir. Oh, du blöden sie sich in den Fickern. Huust mir. Und ich hab's curriculiert. Huh? Ich hab's mit den Schickern. In der Zeile! Ich hab's mit den Leiden bis hinten zu machen! Ich finde die Koop-Passagen cool gemacht. So was passiert, wenn man auf große, rote Knöpfe drückt, auf denen draufsteht, bitte nicht drücken. Dann gehen irgendwelche Pfeilton auf. Die einen rein theoretisch irgendwann. Oh, hier ist eine Knarre. Oh ja, bitte! Hast du auch dann eine Klapperschlange? Ja, ich habe eine Klapperschlange. Es ist mir egal, was die braucht. Lässt sich finden. Ich geh mal hier. Ah, Kurbeln sind jetzt mein... Sind wir es weg mit allen, die nicht davon kommen? Nee, jemanden, dem bin ich glaub dieser Klapperschlange die Rast. Also bezahlen sie das, was der Deborah angetan hat. Die werden da immer furchtbar traurig. Das ist mir egal, was? Ja, das ist mir egal. Wie viele, die sind immer, was ich sagen? Ach komm schon, her du. Da war so ein Schrieker. Ja, ja, ich helfe dir ja schon. Leon, du sollst nicht unterhalten. Ich glaube, das sind ein paar Köpfe. Ja. Oh Gott, oh Gott, die Brücke hält dich, die Brücke hält dich. Lauf, Leon, lauf. Bleib da, bleib da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ist alles tot? Ja, abgesehen von uns. Okay, schneller, weiter. Alter, wenn sowas auf die Brücke geht, ist die Brücke gleich kaputt. Ja, mach ich sie. Was der überhaupt gehalten hat? Ja, ist ein ziemlicher Weg. So fett war dann wahrscheinlich doch. Was? Ach, geh ich schon wieder falsch? Ich weiß nicht, ob sie hier richtig sind. Sieht zumindest danach aus. Oh nein, da ist schon wieder einer. Warte, warte, warte. Nein, weg von der Brücke, weg von der Brücke. Da kommt ein Dünabit-Typ. Hier, nimm. Ist der Dicke noch am Leben? Nein, der Dicke ist nicht am Leben. Gut, weiter geht's. Hamburger ist tot. Wir haben Hamburger getötet. Wir Flash-Fanatiker. Nein, nein, halt, 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 halt. Genau. Habe ich beinahe vergessen. Haben wir Lust? Leon! Hey Caramba! Du schmeißt sogar... Sie sagen ja mich wieder weg. Nein, 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 nein! Oh Gott! Hilf mir! Hilf mir! Ich bin schon dabei. Leon! Ich brauche Hilfe! Töte! Ich muss nachladen, ich muss nachladen. Wo war's das jetzt? Ob ich da noch irgendwas angekrochen? Ich bin oben. Nein! Schon wieder so ein Dicke! Oh, schau! Vorsicht, ich muss bleiben! Die Dücke hat sich erledigt, aber die Kahn sollte sich nicht... Juck! Abfangen! Ah, fuck! Oh nein, warum zwei von denen? Nachmachen sollen sie... Warum hat die Dürer nicht? Ah, scheiße! Das war's! Zeig mal, Ramba! Ja... Ich hatte keine Chance! Zwei von diesen Pissern! Die waren zu stark für mich! Ach, scheiße! Noch einer? Nein, halt! Da ist wieder der! Ja, ich muss irgendwie gucken, dass ich Dich irgendwie beschütze? Mhm. Würdest du sie jetzt bitte da rüberwerfen, Leon? Und ich mir gleichzeitig irgendwie den Rücken schreihe? Ja... Ah! Elena, weg da! Leon! Ich brauche Hilfe! Ja! So, das muss man auch wieder weg. Dann hier. So... Na ja, einer robbt dann noch, aber egal. Na ja, einer robbt dann noch, aber egal. Der hat gerobbt. So, und wo flogen mir die jetzt entgegen? Die machen immer Probleme. Es reicht! Halt endlich die Klappe! Nein! NOOOOOO! oh 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 Gott. Oh Gott. Oh Gott. schon besser so ich muss nur ganz kurz gucken wo wir das scheißdreck entgegen geflogen dropkick ne das sind die Ah, fuck, wo kommt der Debt denn uns hin? Autsch, ich steh wieder auf, Leon. You can do it. Ich bin gleich da. Ganz schön kompliziertes Brückensystem. Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Stimmt. Deshalb muss es auch einen Ausgang geben. Goleon, Goleon, Goleon. Ich muss mal eben zu dir rüber. Ja, dich, nämlich Moni. Wollen wir Felsen prügeln? Ne, noch nicht. Ich muss noch Blut abgreifen, aber da komme ich glaube ich nicht mehr hin. Ne, kommst du nicht. Gut, dann. Wo den Felsen? Hä? Die schlagen auch gar nicht mit der Faust drauf. Die sind halt nicht Chris Redfield. Ja, die sind nicht Chris Redfield. So, und jetzt einfach runter, ja. Also, was wir damit an der Bole Redfield gemacht haben, wird mich auch gerne interessiert. Die auf die Idee gekommen sind, dass sie in ein Feld spüren lassen. Na! Ähm, kommst du da wieder hoch? Jetzt. Hörst du auf, Selbstmord zu begehen? Nicht. Nicht mein... Ich brauche Hilfe! Was machst du denn für Sachen? Abbrutschen. Geh, dahinter ist uns, ist was. Du sollst das hinter uns in Ruhe lassen, wir gehen einfach weiter. Okay, jetzt musst du mich beschützen. Moment. Ach nee, du musst selbst mitkurbeln. Kurbeln, 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 weiter kurbeln, weiter kurbeln, weiter kurbeln, weiter kurbeln. Ich höre Geräusche! Halt. Bitte aufhören zu schrubbeln. Aua. Aua. Kugels! Auf und anzukopsen. Das kostet mich nicht. so weiter proben 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 meine hand fällt gleich ab so geht es auch scheiß auf kurbeln ich glaube jetzt müssen wir schnell machen ja genau stehe doch auf elena lass den dicken dicken sein warum falle ich denn immerhin ja ich mache ja schon ich bin ja schon dabei ich glaube hier wird es nass ja antiken kämpfen schon brechen sie wieder in sich zusammen ich sehe parallel keine ahnung ich glaube die peter muss haben ein paar probleme die mögen keine eindringlinge nee die drehen sich irgendwie im kreis okay top lass mich raten wir müssen luft schnappen damit wir nicht absaugen ja weiter geht weiter geht mit x schwimmt man schneller leon du sollst schwimmen oh die steuerung ist ekel erregend wer ist denn auf die idee gekommen dass das eine geile idee wäre mit rechts den kopf zu neigen und mit links zu schwimmen besuch würdest du bitte wieder abtauchen hat uns heinz guten tag gesagt ich werde gewürgt ich werde gewürgt oh hast du mich eingeholt oh ich sehe skelette also tode oh niederlich oh hör mal auf mich zu würgen dreck 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 wir uns dreck 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 ja genau was für ein scheiß tag unter wasser geht sowas natürlich ich bin in seinem maul ich weh mich das schlägt uns auch gut oh ich sehe diesen schwachpunkt nein du wirst nicht zuschnappen ein weiteres nasenloch halle sollten nicht fliegen können nein du bist im wasser das ding ist noch hier okay ich suche einen platz zum hochklettern hilfe ich will hier raus 1 hat hunger ich helfe dir kennst meine unterstützung helena können sie mir mit dem weiterhelfen ich versuche das könnte es sein wenn macht das tor der haifisch wurde schon lange zeit nicht mehr gefüttert hallo 1 mist 1 nein nein so funktionieren heifische nicht heifisch haben keines entfackelt danke helena ich brauche hilfe ja hilfe nehmt diesen schachtepuss von mir weg vielen dank hier und von schwimmen man hilfe hilfe zogen die vorne schachtepuss hin das ist ihre chance los nein nein lass mich in ruhe los ich bin ja schon dabei bist du da ja na ich hab doch gesagt ich helfe dir ja ja wo willst du hey so soll ich noch raus ist nix zumindest hab ich da nichts gesehen ich würde gerne dich direkt drücken danke na los direkt drücken drücken direkt drücken ja schachtepuss ja ich bin schon wieder im wasser nein nein ich muss genau dann nachladen fuck genau in dem moment wo er das maul öffnet muss ich nachladen ich glaub wir müssen dürfen erst schießen wenn er das maul öffnet schlecht nicht ich bin ja ne ähm ähm puh funktionieren heilig ne zielen sie auf das dynamit team 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 ich kann ich konnte da nicht drauf zielen der ging immer wieder runter ja das war sehr stramm sehr stramm naja wenn du losgelassen hast dann wieder ein bisschen heil gezielt da wollte ja wieder heinz und das nasenbauch schießen ey wir haben sie aber überlebt jetzt sind wir schon wieder im wasser was kommt das nächste ein ganzes kung fu kommando heinz reloaded wahrscheinlich oder sie beschießen uns mit irgendwelchen atomsprengkraft mhm ey wir haben sie überlebt mhm er schwellerisiert nichts er schafft noch weitere neuere Mutantenheit wüsste als er aufbrach sprach er mit jemandem am telefon er kann nicht gerade glücklich können wir rausfinden wo er hin ist keine sorge ich lasse ihn beschatten er ist gerade auf dem weg zum flughafen ja gamer und baden das ist eigentlich nicht so die sache ne bine mhm ja sehen sie sich das an mhm mhm was ist passiert schon wieder Sachen die bsaa bestätigt dass es wie in osteuropa vor sechs monaten der sogenannte c virus war c virus ja nimmer diese bio fanatiker ja furchtbar wir müssen simmons stoppen und ihn im gewahrsam nehmen uns fehlen beweise ich sag ein abendsgeleger von mir immer Fleisch ist mein Gemüse die hauptverdächtigen nein hören sie hannigen täuschen sie unseren tod vor schaffen sie das was natürlich aber wir können die nicht ewig täuschen was haben sie vor wir fliegen nach china wir fliegen nach china auf nach china auf nach china auf nach 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 ... ... ... ... ... ... Da.